Hallo YouTube, hallo Leute, hier sind wir heute im neuesten Sharkvlog in Feldhausen. Feldhausen liegt im nördlichen Bottrop im Ruhrgebiet. Hier im Hintergrund seht ihr die St. Christi Himmelfahrt, die Kirche hier in Feldhausen, knapp 1800 Einwohner, schöne Ecke, schön zum Joggen. Heute ist das Wetter allerdings so traumhaft, dass der Moviepark alles rappelvoll ist und ja, wollte mal ein paar schöne Bilder machen vom Schloss Beck und Moviepark und der Ortschaft hier. Viel Spaß, lasst Kommentare da, bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Oh, I've walked for miles and I've traded my time for adventure Yeah, I've seen the world and I know what it's got to win Yeah, I've had some fun, but I know where I came from Oh, I'm on my way, my way back home And I know, on the other side of the great unknown There's a place I'm welcoming, there's a place I know I'm called a friend There's a place that I'm never alone There's a place called home A place called home Oh, said I'm on my way, my way back home There's a place I'm welcoming, there's a place I know I'm called a friend There's a place that I'm never alone Cause there's a place called home A place called home There's a place called home A place called home Oh, 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 oh